Yo Leute, ich bin die erste Munde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute, ich bin mal der Skywars. Ich würde mal sagen, wir looten jetzt erstmal und equippen uns, na? Und dann schauen wir uns gleich wieder, na? Ciao, ciao! Okidoki, wir gehen jetzt instant zur Mitte, ok. Und runtergeschubst, nice! Nice, den haben wir aber erstmal bekommen. Eine, eine Gefahr aus dem Weg geräumt. Ich hoffe, die nächsten werden auch so sein, also wie er, also, ja, na? Gut, ich würde mal sagen, wir warten, bis der sich rübergebracht hat und können mal von hinten kommen. Der hat sich jetzt theoretisch jetzt schon. Der hinter uns ist immer noch eine Gefahr für uns. Looten wir ja noch ein bisschen in die Truhen. Nice, ok. Goldapfel kann niemals schaden. Gut, was ist das noch? Da ist da noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen, nicht, da ist, oh, ja, nice. Oh, oh, wir haben jetzt, wir haben noch eine zweite Enderperle gefunden, Leute. Joho! Gut. Mann, hätten wir doch zuerst gelootet, hätten wir ein paar X-Pave Puzzles mehr. Yeah. Ja, nicht gehabt. Yeah, tschüss! Alles klar, alles klar, Digga, alles klar. Was meint ihr, schaffen wir den? Ne, schaffen wir die, besser gesagt die. Schaffen wir die, ey, die, 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 die. Es sind nur noch zwei, nur noch zwei. Was meint ihr, stauben ab? Wir stauben ab, wir stauben ab. Tschüss! Wuhu! What the fuck? Oh, scheiß Kiste! Oh, ja, low. Ja, komm. Was soll man dann sonst machen mit diesem Equip, mein Freund? Ja! Ja, wir haben, ja, wir haben ein gutes Spiel gespielt, wie er gerade eben zu uns meinte. Und wir sind sehr gut. Also würde ich mir sagen, wir spielen eine zweite Einfachung. Ciao, ciao, ciao! Jo, wir sind hiermit auch in der zweiten Runde. Ich habe gehört, Bradur ist nicht meine Lieblings-Map. Das ist richtig. Sie ist nämlich nur cool. Und, ähm, ja, ich würde mal sagen, wie immer, equippen wir uns jetzt erstmal. Und, äh, rushen instant zur Mitte aus dem Grund, weil es in der Mitte einfach richtig geilen Loot gibt. Perfekt! Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, äh, in den Vorteil kommen. Alles klar! Was hat der für eine fucking Range? Oh mein Gott! Halt! Alter Schwede! Holy shit! Ey, ich hoffe jetzt... Ey, ich höre dann... Oh, nee, da ist schon wieder einer. Oh, Mann, Alter, ich hasse die heutige. Minecraft-Zeit, oh mein Gott! Das ist zu viel Stress! Okay, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Nice! Haben wir auch bekommen. Gut. Oh mein Gott, das ist ja genau beim Abgrund. Ich hasse meinen Wecker! Und wir haben hier eine Lebensversicherung. Hier, eine Enderperle. Nice, haben wir. Nice, 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 nice. Gut. Äh, XP haben wir nicht so viel. Das ist leider schade, aber wir haben ein bisschen Goldäpfel und ein paar Tränke an Vorrat. Das ist in jedem Fall ein bisschen besser als sonst. Mal sehen, ob wir hier irgendwo noch XP-Buddles finden. Gut, den haben wir schon mal... Oh, fast, 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 fast! Ey, yo, 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 du Bruder, Bruder, Bruder! Alles okay, alles okay, alles okay, alles okay, Digga! Alles okay, alles okay, alles okay, alles okay! Hey, was? Was ist das denn gewesen? Naja, Leute, wenn euch diese Runde heute gefallen hat, dann, ähm... Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und, ähm... Ja, das war's für den heutigen Forderner. Ich bin wach. Der Wecker hat geläutert. Ähm... Good morning! Good morning!